Du hast dich hier die ganze Zeit versteckt und alles mitgehört? Junge, bist du behindert? Das ist doch krank. Auf jeden Fall ein richtig krasses Spielgestern in Tottenham. Nice, geil. Wie läuft es denn eigentlich mit deiner Freundin? Eigentlich ganz gut, Digga. Die hat mir eine Memo geschickt, beziehungsweise sie schickt mir immer um 17 Uhr eine süße Memo. Hör mal, richtig süß. Hey Baby, ich vermisse dich. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Ich freue mich, wenn wir uns nachher sehen. Echt süß. Ich glaube, da kommt eine Freundin. Aber wer ist denn die andere? Das ist ihre beste Freundin. Und was habt ihr so gemacht? Ein paar Sachen alles, ich wollte ein bisschen shoppen. Cool. Hast du auch irgendwas gekauft? Hey, hast du Lust, dass wir uns mal kennenlernen? Sag mal, Nelson, ich habe gehört, du drehst YouTube-Videos. Äh, ja, genau. Also nicht ganz unerfolgreich auf YouTube, aber ja. Und was machst du da so auf YouTube? Ach, alles mögliche. Kannst du die gar nicht ausmalen. Ich bin ein Ritter und reise durch die Landen. Ich habe sogar schon gegen Roboter gekämpft. Äh, Frauenherzen erobern und ... Cool, ähm, Süße, wir müssen aber langsam lossehen. Äh, geht schon. Ach ja, wir müssen ja noch lernen, sorry. Wir sehen uns ja morgen, Schatz. Okay, dann bis morgen, Bibi. Ciao. Macht's gut, ja. Tschau, tschau. Tschüss. Macht's gut. Boah, die ist echt heiß. Aber kommt dir das nicht merkwürdig vor? Was? Na ja, sie meinte, dass sie ständig mit ihren Mädels zusammen ist. Und? Na ja, fragst du dich nicht, was die so tun? Er hatte recht. Und plötzlich brannte diese eine Frage wie ein loderndes Feuer in mir. Was machen Frauen heimlich, wenn sie unter sich sind? Ohne einen Jungen in der Nähe. Ich musste mir einen Plan ausdenken, um das herauszufinden. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Ich muss. Wünsch mir Glück, ja. Digga. Du gehst nur deine Freundin ausspionieren. Du ziehst nicht in den Krieg. Ja, du hast recht. Schritt 1. Mich unter einem Vorwand in die Wohnung meiner Freundin begeben. Was machst du denn hier? Ich hab meine Kopfhörer bei dem Bad vergessen. Ah, okay. Warte, ich hole sie dich schon. Lern du mal weiter mit deiner Freundin. Ich will dich nicht stören. Ich sag schon mal, bis morgen. Ja, okay. Schritt 2. Ich tue so, als ob ich gehe, aber gehe nicht. Schritt 3. Ich suche mir einen Beobachtungsposten in der Wohnung, an dem mich niemand entdeckt. Schritt 3. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 3. 1 bis nach rechts auf die Jingle Est ?! 3. 5 5 0 Eintrasire. Geckt 5 0 0 0 0. 0. 0. 0. 0 3. Richtig krasses Wetter, auf jeden Fall das Wochenende. Wird richtig gut, müssen wir auf jeden Fall genießen, das Wetter, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall was tun, ne? Ja, auf jeden Fall. Süße, lass mal über deinen Freund reden. Ja, ja. Ich muss erst mal meine ganzen Klamotten aus dem Kleiderschrank aussortieren und danach können wir drüber reden, okay? Warte! Wieso? Weil es besser ist, wenn wir erst mal reden. Ich helf dir nachher mit dem Schrank. Okay, dann lass uns aber erst mal die Notizen aus der Küche holen, ja? Okay, dann lass aber lieber ins Wohnzimmer gehen. Okay. Was haben wir? Warte. Labor? F87 hier. Schick mir bitte die Daten rüber. Der Puls deines Freundes war vorhin normal. Allerdings waren seine Hände sehr feucht. Meinst du, das hat mehr zu bedeuten? Hm. Kann sein. Aber vielleicht schwitzt er auch einfach nur wie ein Schwein. Hm. Dann muss wahrscheinlich das, er schwitzt den ganzen Tag lang. Ekelhaft. Naja. Hast du deine nächste 17 Uhr-Memo schon fertig geschrieben? Ja, hör mal, ob das gut ist. Hey Baby. Ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen. Deine Nähe gibt mir so viel. Du und ich bis zum Tod. Dein Engel. Das Ende muss nochmal überarbeiten. Das klingt so dramatisch. In Ordnung. Und denk dran, alle Verläufe zu screenshotten und an mich weiter zu schicken. Klaro. Huch, die Bilder hängen alle schief. Ich habe zum Glück eine neue Baumaschine. Dann kann ich dich später nochmal neu anbringen. Ähm, sag mal. Ja, was denn? Erzähl mal, wie ist er eigentlich so, wenn er zur Sache geht? Eine richtige Maschine. Dein ganzer Körper vibriert. Also du bist schneller fertig, als du gucken kannst. Wow. Dein Freund ist ja ein richtiger Gott im Bett. Ach so. Du meinst mein Freund. Ich dachte, wir reden über die Baumaschine. Ja, der ist ertragbar. Nichts halbes und nichts ganzes. Typisch. Apropos, es ist Zeit ihn anzurufen. Ja. Okay, ich rufe ihn mal an. Hä? Was ist das? Ähm, das bin ich, Mädels. Sorry. Ich, ähm. Du hast dich hier die ganze Zeit versteckt und alles mitgehört? Junge, bist du behindert? Das ist doch krank. Ja, aber ihr seid auch krank. Ihr seid auch krank. Irgendwelche Labore, die Jungs überprüfen, Texte zusammenschreiben. Ich dachte, die sind von dir die Texte. Oh, wartet mal kurz. Oh, ihr seht gerade so süß aus. Ich muss ein Bild machen. Muss das sein? Ja, stellt euch zusammen. Das sieht mega süß aus. Hä? Wir haben doch gerade gestritten. Hä? Und tschies. Tschies. Äh, wo bin ich? Äh, was mach ich? Hier. Du hast deine Kopfhörer vergessen. Hier, Schatz. Oh. Also dann sehen wir uns morgen, ja? Dann bis morgen, ja. Und? Was und? Hast du rausgefunden, was Frauenheimlich zu tun? Hä? Was sollen die tun? Erstmal was essen oder so. Na gut, aber auf deinen Nacken diesmal. Ja, cool. F77 hier. Wir konnten die Gefahr abwenden und das Objekt M94 alles vergessen lassen. Puh, das war knapp. Halb so wild. Die Jungs werden sowieso nicht herausfinden, was wir heimisch machen. Stimmt. Außer wenn wir den Kameramann nicht töten. Äh, Mädels, ich film doch nur, ich mach doch nur das Video, ne? Ja, mach's gut. Tschau, 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 tschau. Macht's gut. Tschau, tschau. Achso, du musst nach da gehen. Hände geht nach da, Hände nach... Ähm, also... Ah, cool. Ja, okay. Dann lass uns aber erstmal die Sachen aus... Die Matizen. Oh, Action. Okay, falsch. Du darfst nicht lachen. Ich hab gar nicht lachen. Oh, Action. Okay, dann lass uns... Die Matizen. Yo, ähm, sag mal. Noch länger die Pause zwischen dir und sagst, du sagst, yo. Dann guckst du nach unten, so. Sag mal. Okay. Na ja, fragst du dich nicht, was die heimlich tun? Die hat doch gesagt, dass sie ständig bei ihrer Mädels... Genau, andersrum. Sag Cheese. Genau, dann noch sag Cheese. Und ich sag noch Cheese. Und Cheese. Und Cheese. Ein bisschen... Und Cheese. Noch mal bei einer... Und ich... Naja. Naja, fragst du dich nicht, was die heimlich tun wird? Und... Action. Warte, lass noch ganz kurz. Cheese. Oh, Entschuldigung, ich hab vergessen, dass ich geblitzt werde. Okay. Aber... Und Action. Eine richtige Maschine. Dein ganzer Körper vibriert und du kannst... Mach mal das mit auch, dass du danach so... Okay, dann aber auf deinen... Okay. Und Action. Okay, aber auf deinen Atten. Und Oskar geht's zu! Ah, Cuckoo... Pfff... Ah, Cuckoo. Ah, Cuckoo. Afrikanisch. Ja. meanwhile... langage... im in Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018